Erneuerbare elektrische Energie ist Basis für grünen Wasserstoff. Die Energie wird zu Elektrolyseuren geleitet, die gleichzeitig mit Wasser versorgt werden müssen. Jede örtliche Wasserqualität wird andere Anforderungen an die Wasseraufbereitung stellen. Die Wirtschaftlichkeit der Wasserstoffproduktion hängt von einer zuverlässigen Wasseraufbereitung ab. BWT-Standard-Wasseraufbereitungsanlagen sind in der Lage, kleine und große Leistungen abzudecken. Bei der Filtration erfolgt die Entfernung von Schwebestoffen wie Partikel, Sand, Rost und Kolloiden. Anschließend findet eine Enthertung statt. Calcium und Magnesium werden durch Natrium ausgetauscht. Anstelle der Enthertung kann auch eine Antiskalant-Konditionierung eingesetzt werden. Unter Druck passiert das vorbehandelte Wasser kontinuierlich eine Umkehrosmose-Membrane. Dadurch werden Ionen, organische Substanzen und Mikroorganismen entfernt. Bei der Elektrodeionisation kommt schließlich ein Kombinationsprinzip von Ionenaustausch und Elektrodialyse zum Tragen. Anstelle von Chemikalien kommt elektrischer Strom zum Einsatz. Die Restionen werden entfernt. EDI-Systeme dienen damit der umweltfreundlichen Vollentsalzung von Ionenarmem Wasser, dem Permeat aus der Umkehrosmoseanlage. Für kleine Verbräuche kann anstelle des EDI-Verfahrens auch eine Ionenaustauschvollentsalzung verwendet werden. BWT bietet hierzu zahlreiche Standardgrößen mit geeigneten Harzen. Nach der Erzeugung soll das Reinwasser ohne Qualitätsverlust gelagert und verteilt werden. Das BWT-Loop-System sorgt dabei für konstante Verfügbarkeit der richtigen Wasserqualität und bei Bedarf kann auch eine Kreislaufaufbereitung nach dem Elektrolyseur eingebunden werden. Zur Lagerung und Verteilung können zahlreiche BWT-Standard-Tanksysteme verwendet werden. Als Loop- oder Polishing-Reinwasserstufe können Ionenaustauscher zur Restionenentfernung optimal und bedarfsgerecht integriert werden. BWT nutzt zudem die UV-Behandlung zur Desinfektion, dem Ozonabbau sowie der Verringerung des TOC. Die richtige Kombination der Wasseraufbereitungsstufen mit der passenden übergeordneten Steuerung zur Überwachung und Sicherung der Anlage bietet maximale Funktionalität mit bester Wasserqualität. Ob im Container oder Gebäude. BWT hat immer die optimale Lösung. Vertrauen Sie auf maßgeschneiderte Beratung und rund um die Uhr Service. Wasseraufbereitung aus einer Hand. Konzipiert und produziert in der Schweiz. bei UntertitelS platt